So, wir sind an die Grabstätte von Mohammed bin Ali angekommen. Da ist leider jemand drinnen und gerade der Herr hat gewunken, wir dürfen nicht hineingehen, als Frauen verstehen sie. Dürfen wir nicht rein, deswegen filmen wir von draußen. No possible inside. Ah ok, no problem, no problem. Weil wir keine Abaya haben, deswegen dürfen wir nicht reingehen. Also wir filmen jetzt von draußen und das ist so eben so Grabstätte. Das ist eben von Mohammed bin Ali. Und da sind so, das ist praktisch Friedhof hier. So schaut ein muslimischer Friedhof aus. Also wir dürfen rein, nur in Abaya. Da ist wahrscheinlich ständig jemand drinnen und passt auf, dass eben keiner reingeht. Vermutlich mal, also halt nicht richtig bekleidet. So, ich gehe jetzt noch ein Stückchen nach vorne filmen, das Friedhof hier. Ich bin schwer zu sagen, die Alte schießt. Das ist alles Friedhof. Ich bin schwer zu sagen, die Alte schießt. Das ist alles Friedhof. Ich kann es jetzt nicht zurücklaufen, sondern es schaut schnell aus. Wir sind in der Lähe vom Mirbad. Vielen Dank.